Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde zur zweiten Runde. Das heißt, ich habe eben schon vor zwei, drei Stunden eine Aktie Vertex Pharmaceuticals analysiert. Die hat 20,7% verloren gestern. Jetzt haben wir Netflix den nächsten Problemkandidaten. Da droht ein nukleares Winterszenario angeblich. Netflix Docs Sings 35%, also mehr als Vertex gestern. S-Subscribers Flee, 800.000 Subscriber sind verloren gegangen von Netflix. Und die Analysten haben jetzt hier die Daumen gesenkt, sprechen unter anderem von einem nuklearen Winterszenario. Und wie sieht das Ganze aus im Chart? So folgendermaßen, hättest du einen US-Dollar investiert, dann hättest du jetzt dann noch ungefähr 20 US-Cent oder 21 US-Cent. Ja, das Ganze war oder hat sich abgespielt im Jahr 2011 und jetzt hier fast forward in die Gegenwart. Und dann siehst du, das ist die Vergangenheit und die Analysten mit ihrem nuklearen Winterszenario, das hat sich nicht ganz bewahrheitet. Und wir sehen, dass die Aktie danach kein schlechtes Investment gewesen ist, aufs Jahr eine Rendite von knapp 60%. Das kann sich doch sehen lassen. Und auch der Gewinn hier grünt und hat den nuklearen Winter doch ganz gut überstanden. Ja, mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net und wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal die Netflix-Aktie an. Denn es gibt hier eine Analyse von Maximilian Dorn, einem unserer freien Analysten. Und das ist auf dem Aktienfinder-Blog. Und das Video, das ich mache, das ist einfach eine nette Begleitung dazu. Da stehe ich, ich werde nicht das vertonen, was der Maximilian hier geschrieben hat. Ich habe mir die Aktie eben auch angeschaut und habe mir dazu auch den ein oder anderen selbstständigen Gedanken gemacht. Ja, wenn ich mir so eine Aktie angucke, dann lese ich erstmal, was die denn so treiben. Netflix ist ja kein Geheimnis. Der größte Streaming-Anbieter mit ungefähr, also sie kratzen schon an den 200 Millionen Abonnenten. Insofern auch der erfolgreichste, wenn man so möchte. Welche Fragen stelle ich mir denn dann so? Nachdem ich mich mit der Aktie so ein bisschen beschäftigt habe, beziehungsweise mit dem Unternehmen, immer unterschiedlich. Diesmal habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Wird Netflix gegen die Konkurrenz bestehen? Wie wirkt sich Corona aus? Nämlich, das geht in zwei Richtungen, von der wir momentan nur eine Seite sehen. Das ist nämlich die hier, dass die Aktie ganz schön abgegangen ist und dass Netflix-Abonnenten gewonnen hat. Im Frühjahr überdurchschnittlich viele. Das ist erstmal positiv. Es gibt aber noch einen negativen Effekt, den wir noch nicht gesehen haben, der aber kommen wird. Und dann natürlich, das heißt natürlich, bekommt Netflix die Ausgaben in den Griff. Die haben nämlich einen negativen Cashflow, wie du hier siehst. Ist erstmal nicht gut. Das heißt, wenn die nicht immer neue Schulden aufnehmen würden, wären sie schon pleite. Und am Ende ist die Netflix-Aktie fair bewertet. Das ist eine schwere Frage, nehme ich gleich vorweg. Aber man kann sie ja trotzdem mal in Angriff nehmen. Ja, also bezüglich der Konkurrenz. Was sind denn so die Konkurrenten oder wer sind sie von Netflix? Da fällt uns erstmal Amazon ein mit Amazon Prime. Die ungefähr, wie viele Abonnenten werden sie haben? 150 Millionen, dann gibt es Disney. Die haben auch mehrere Streaming-Dienste, haben ungefähr 60 Millionen Abonnenten. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass andere Streaming-Anbieter mit Netflix konkurrieren würden. Im Prinzip konkurriert jeder mit Netflix, der dem Konsumenten sozusagen die Freizeit klaut. Das heißt, die Zeit Netflix zu konsumieren. Dazu zählen unter anderem selbstverständlich die Streaming-Anbieter, aber auch andere digitale Inhalte. Es können ja auch Live-Streaming sein oder YouTube beispielsweise. Also jetzt, in diesem Moment, schaust du wahrscheinlich kein Netflix, weil du gerade YouTube schaust. Ich lade es jetzt parallel auch auf unseren Insta-Kanal hoch. Dann könntest du auch IGTV schauen. Dann wäre der Konkurrent also Facebook und wenn von Netflix, wenn du das jetzt auf YouTube schaust, dann sozusagen Alphabet, also die Google Company. Es gibt auch illegales Streaming und im Prinzip könnte man sogar Brettspiele als Konkurrent von Netflix betrachten, weil da auch dann die Freizeit anders verwendet wird. Also es gibt eine Menge Konkurrenten und die Konkurrenten sind teilweise stärker als Netflix, wenn man das auf Unternehmensebene anschaut. Insbesondere Amazon ist ja Netflix haushoch überlegen, denn die sind ja bereits profitabel, sowohl vom Cashflow als auch vom Gewinn. Die sind auch deutlich besser aufgestellt, das heißt diversifiziert. Das kennen wir ja auch als Aktionäre, dass wir unser Portfolio diversifizieren sollen. Netflix ist ein One-Trick-Pony sozusagen. Pony heißt das. Das heißt, wenn es mit dem Streaming nicht funktioniert, dann war es das. Dann ist Ende Gelände Amazon, die verdienen ihr Geld über den Online-Handel und über die Cloud, über die AWS Cloud insbesondere. Und das ist die AWS Cloud, ist auch die Infrastruktur, die Netflix benutzt. Das heißt, Netflix ist ein AWS-Kunde, ein Kunde der Amazon Cloud Services. Die sind dahin gezogen im Jahr 2008, nachdem sie eine größere IT-Panne gehabt haben und sind also direkt abhängig vom Konkurrenten Amazon. Jetzt glaube ich nicht, dass Amazon denen den Stecker ziehen wird, wenn der kleine Konkurrent Netflix dem großen Amazon sozusagen auf die Nüsse geht. Da gibt es unterschiedliche Argumente dagegen. Da gibt es sicherlich Verträge, die Amazon brechen müsste, wenn sie den Stecker ziehen würden. Es gäbe eine Rufschädigung seitens Amazon, weil ich denke, viele Konsumenten die Marke Netflix mögen, beziehungsweise das Unternehmen oder Angebot von Netflix mögen und es nicht gutheißen würden, wenn Netflix den Stecker ziehen würde. Und dann gibt es natürlich die Problematik mit der Marktmacht, beherrschenden Marktdominanz von Amazon, die ja dann ein Paradebeispiel hätte, was wieder in Richtung Prozerschlagung gehen könnte. Also ich denke, Amazon kann mit der Konkurrenz von Netflix, die ja nur eine partielle Konkurrenz ist, ganz gut leben. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass Netflix von vielen Fronten sozusagen bedroht ist und starke Konkurrenz hat. Dann habe ich versprochen, kurz auf Corona einzugehen. Die positiven Beispiele oder die positiven Effekte von Corona sind ja, dass wir mehr zu Hause bleiben mussten. Das ist erstmal negativ. Aber für Netflix insofern positiv, dass sie sehr viele Mitglieder gewonnen haben zusätzlich. Also mehr Abonnenten als normal. Das hat der Maximilian dann auch hier schön verarbeitet. Wenn ich jetzt so nicht die Zahlen einzeln durchgehen, könnt ihr euch dann da auch gerne angucken. Es gibt aber auch einen negativen Effekt und zwar verzögern oder bzw. verschieben sich die Produktionen. Das heißt, Netflix kauft ja zum einen Lizenzen auf von Serien oder auch Filmen, die sie dann ausstrahlen dürfen. Zum einen. Zum anderen produzieren sie mittlerweile auch viel selbst. Und durch Corona wurden die Produktionen teilweise eingestellt bzw. haben sie stark verzögert oder verzögern sich immer noch. Das heißt, dass das Streaming-Angebot irgendwann darunter leiden wird. Noch ist es nicht so weit, stand im letzten Quartalsbericht. Aber im nächsten Jahr 2021, spätestens dieses zweite Halbjahr, werden wir das zu spüren bekommen, dass Netflix weniger neue Inhalte anbietet, als sie es eigentlich wollten. Wie stark sich das jetzt auswirkt, kann man erstmal nicht sagen, aber man kann sagen, dass sie sich tendenziell negativ auf das Angebot und die Attraktivität von Netflix auswirken werden. Dann ist es natürlich so, dass die anderen Konkurrenten tendenziell attraktiver werden, beispielsweise eben YouTube oder Twitch oder was es sonst noch alles gibt. Wenn bei den Streaming-Anbietern etwas die Inhalte fehlen. Das wäre ein negativer Corona-Effekt, den wir momentan noch nicht sehen. Dann mal zurück zu den Hard Facts und zwar zu dem negativen operativen Cashflow. Was das bedeutet, dann möchte ich mal die FactZit Workstation wieder ins Spiel bringen. Mein treuer oder unser treuer Freund und Begleiter. FactZit ist ja unser Hauptdatenlieferant des Aktienfinders. Hier haben wir die Cashflow-Rechnung. Das sind die letzten zwölf Monate. Und man lege das Augenmerk, ich mache es noch ein bisschen größer, auf diese Zeile, die da heißt Aller Funds. Und hier drin sind die ganzen Ausgaben von Netflix für Lizenzen und für die Produktion eigener Filme und Serien. Und das ist enorm teuer und führt am Ende dazu, dass man einen negativen freien Cashflow hat. Der freie Cashflow, das Geld, was im Prinzip nach allen Investitionen unterm Strich bleibt. Das wäre das, was die Aktionäre sozusagen oder was das Unternehmen theoretisch an die Aktionäre ausschütten könnte. Netflix zahlt keine Dividende, aber wenn es positiv wäre, zum Beispiel eine Milliarde, dann könnten sie eine Milliarde auszahlen an die Aktionäre oder für eine Milliarde dann die Schulden tilten. Also das wäre das, was sozusagen überbleiben würde. Und hier ist es negativ und nicht nur für die letzten vier Quartale. Es ist schon die ganze Zeit negativ. 2013 war mal was Positives gewesen. Hier 43 Millionen, jetzt aber hier immer mehrere Milliarden oder jetzt mal eine Milliarde etwas über. Negativ ist weniger negativ geworden, unter anderem, weil sich Produktionen verschoben haben. Also das, was ich als negativ bezeichnet habe, negativen Corona-Effekt bezeichnet habe, der ab 2021, zweites Halbjahr wahrscheinlich spürbar wird für den Konsumenten, regt sich hier positiv aus, weil die Kosten etwas nach unten gegangen sind für die eigene Produktion. Könnt ihr auch hier sehen, ungefähr 800 oder 750 Millionen weniger Kosten jetzt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019. In Summe aber nach wie vor negativ. Jetzt muss man sagen, so ein Netflix-Abo kostet ja nicht die Welt. Also ich bin auch Netflix-Kunde, ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahle, so wenig. Es ist 8,99 oder so im Monat. Das heißt, es ist schon relativ günstig. Und Netflix ist quasi für die Masse gemacht. Das ist positiv, das ist erstmal negativ, weil Netflix braucht sehr viele Abonnenten, um die Kosten wieder einzuspielen. Positiv aber in dem Sinne, dass erstens sehr wahrscheinlich wird, dass es viele Abonnenten gibt, weil sich viele Abonnenten sowas leisten können. Und zweitens, wenn auch, es ist nicht so wie beim Auto, da kaufst du entweder einen Daimler oder einen BMW. Hier beim Streaming ist es so, weil es relativ günstig ist, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Konsumenten, und zwar mehr als einen, der mehrere Streaming-Anbieter parallel hat. Das heißt, es ist dann kein absoluter Verdrängungswettbewerb, sondern da ist eine Koexistenz möglich. Jedenfalls, Netflix spielt die Zahl der großen Zahl, das Spiel. So wie wir es ja auch im Aktienfindenden machen, wir sind ja auch sehr günstig. Und wir können ja auch nur deshalb überleben, weil wir viele Vollmitglieder haben. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, das Spiel der großen Zahl sozusagen. Und das ist halt im Prinzip ja, wenn es klappt, eine Win-Win-Situation. Der Einzelne hat niedrige Ausgaben, das heißt, Preis-Leistung ist sehr gut. Und wenn es klappt, dann kann man super skalieren. Das ist halt das Schöne in der Software. Und das trifft auch auf Netflix zu, wenn diese Produktionskosten, Lizenzkosten, die steigen nicht in alle Ewigkeit. Man muss halt ein schönes Programm anbieten. Aber wenn wir jetzt irgendwann vielleicht 300 oder sogar 400 Millionen Abonnenten hätten, dann würden die Kosten hier nicht proportional mitsteigen in den AvaFunds. Und dann würde Netflix sehr profitabel werden. Auch bezogen auf den freien Cashflow. Vielleicht noch kurz erklären, wie kann es sein, dass der Gewinn positiv ist, der Cashflow negativ. Das hat damit zu tun, dass der Cashflow die tatsächlichen Auszahlungen, die Geldabflüsse darstellt. Und wenn eine Serie, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 100 Millionen kostet in der Produktion, dann sind die 100 Millionen sofort weg und drücken den freien Cashflow. Aber nicht 100 Millionen gehen vom Gewinn ab, sondern nur ein kleiner Teil. Denn diese 100 Millionen, die werden in die Bilanz als immaterieller Vermögenswert geschrieben und dann abgeschrieben über mehrere Jahre. Insofern kann man dann immer noch Gewinn machen auf der einen Seite, obwohl man auf der anderen Seite sehr viel Geld dafür bezahlt hat aus Cashflow-Sicht. Und es gibt auch so ein Ratio bei Netflix, wohin das Management arbeitet. Ich habe es vergessen, wie es heißt, aber es ist ein 1 zu 1 Ratio zwischen, dass die Abschreibungen genauso hoch sein sollen, wie die tatsächlichen Cashflows. Dass quasi ein Gleichgewicht entsteht. Und wenn das dann der Fall ist, dann gleichen sich der Gewinn und der Cashflow, die gleichen sich dann einander an und werden dann in Summe, hoffen wir doch mal, positiv. Das ist auch ein Ziel, wo das Management drauf hinaus hinarbeitet. Gut, also die Lösung des negativen Cashflow-Problems heißt im Prinzip noch mehr Abonnenten, wenn man das auf eine kurze Formel brechen möchte. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Und zwar ist die Netflix-Aktie günstig bewertet. Und es ist relativ schwer, so ähnlich wie auch bei Vertex Pharmaceuticals, zu analysieren. Und zwar haben wir hier im Gegensatz zu Vertical Pharmaceuticals ein Unternehmen, das schon lange Gewinne macht. Aber die Gewinne sind nicht stabil. Haben wir ja vorhin mal gesehen, da gab es einen ziemlichen Einbruch. Und gehen erst seit kurzem so richtig durch die Decke nach oben. Und wir haben hier eine Multiples-Bewertung, also mit KGV, KCV. KCV sowieso nicht, weil der Cashflow ja negativ ist. Aber bezüglich des KGVs, die sehr unregelmäßig ist und auch irgendwo zwischen 20 und, als haben wir den Maximalwert, über 170 bzw. beim balancierten Gewinn sogar über 200 schwankt. Deshalb machen wir jetzt zwei Sachen. Wir gucken uns einmal die dynamische Aktienbewertung an und dann zeige ich euch einmal ganz kurz noch eine Cashflow-Berechnung, also eine Discounted Cashflow-Berechnung, weil das das ist, was man alternativ hier noch machen kann. Und dann habt ihr auch mal einen Eindruck, wie sowas aussehen kann und insbesondere auch, wo da die Probleme liegen. Es ist nämlich einfach so, so eine Company wie Netflix ist schwer zu bewerten. Punkt. Und jetzt gehen wir aber ein bisschen näher darauf ein, bzw. versuchen es trotzdem. Wenn ich das jetzt hier machen sollte, dann würde ich erstmal wieder gucken, welcher fundamentale Basics hier, Grundlagen wir heranziehen können für die Bewertung. Da können wir durchaus beim bilanzierten Gewinn bleiben, würde ich mal sagen. Der entwickelt sich auch nicht sehr viel unstabiler als der bereinigte Gewinn, eher im Gegenteil. Da müssen wir mal schauen, welchen Zeitraum wir hier nehmen können. Und da würde ich doch mal hier in 2017 auch anfangen, weil vorher war das KGV noch bei 143 und jetzt dann ist es irgendwo bei 80 und danach 90, 60, dann ist es wieder 82. Und dann soll es ja wieder sinken, weil die Gewinne nach oben gehen. Beim gleichen Preis, also beim gleichen Kurs, würden dann die KGV sinken. Also nehmen wir mal hier ab 2017 und zeichnen dann schon mal den fairen Wert ein. Das wäre also der hier. Können Sie das Ganze noch ein bisschen logarithmisch machen. So, ein bisschen ranzoomen. Dann sehen wir das Ganze besser hier. Auf was kämen wir hier? Auf einen fairen Wert von 660 US-Dollar. Da wäre jetzt die Netflix-Aktie sogar unterbewertet, weil wir hier 2017 und 2018 eben so hohe KGVs hatten, dass wir momentan sogar noch leicht drunter sind mit dem aktuellen KGV. Das durchschnittliche KGV wäre 105, wenn wir das alles ausrechnen, weil, ich bin nicht in der Zeile verrutscht, wir KGVs hatten beruhend auf dem bilanzierten Gewinn, ja sogar von 132, 119. Also das ist natürlich schon extrem. Das ist tatsächlich fair bewertet. Das ist sehr interessant. Jetzt natürlich die Frage, ist dieses KGV von 77 repräsentativ für die Bewertung oder wollen wir das noch anpassen? Jetzt haben wir hier Gewinnsteigerungen und da blende ich auch meist den bereinigten Gewinn ein. Die sind hier relativ hoch, dann geht es hier wieder zurück. Muss ich mal kurz gucken. Ungefähr 60 Prozent hier Gewinnwachstum. Dann haben wir hier einen Rückgang, aber der Rückgang, der bezieht sich nur auf die letzten vier Quartale bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Wenn man das ganze Geschäftsjahr anschaut, dann steigt der Gewinn weiter um 20 Prozent, dann wieder um 40 und um 35. Aber es ist eine Verlangsamung gegenüber hier. Deshalb würde ich das KGV bereinigt nach unten korrigieren. Jetzt ist die Frage, um wie viel könnte man hier mal schauen, wenn wir jetzt hier ein Wachstum annehmen in der Zukunft von ungefähr 40 Prozent. Das wäre für Geschäftsjahr 2021 und 2022 ungefähr das Mittel. Dann gibt es ja so eine Formel, Price Earnings Growth. Das heißt, man setzt das Wachstum des Gewinns ins Verhältnis zum fairen KGV. Und dann gehen wir hier ungefähr auf 40. Das heißt, man setzt das ins Verhältnis zueinander. Und wenn dann der Quotient 1 ergibt, also KGV geteilt durch das Wachstum, dann müssten wir ein KGV haben von 40 und Wachstum von 40. Weil geteilt durch 40 durch 40, dann wird es 1. Dann wäre dieses Price Earnings Growth gleich 1. Und man sagt, 1 oder niedriger für ein schnell wachsendes Unternehmen. Das wäre dann fair bewertet. Gibt solche Logiken, auch Fastgrass unter anderem, wendet es an für schnell wachsende Unternehmen. Das können wir hier mal einfach mal kurz durchspielen. Das heißt, dann wären wir hier bei 40. Und dann hätten wir hier einen fairen Wert. Und der würde liegen bei 264, 65 US-Dollar. Und jetzt wäre hier Netflix stark überbewertet. Basierend auf das laufende Geschäftsjahr. Wenn wir dann aber weiter gucken würden, wie so der faire Wert sich entwickelt, dann hätten wir hier sehr stark steigende faire Werte. Na klar, der bereinigte faire Wert, der steigt ja ungefähr 40% pro Jahr. Also steigt auch der faire Wert der Aktie in gleichem Maße, zieht er an. Und dann schon für das Geschäftsjahr 2023 hätten wir einen fairen Wert der Aktie bei 655 US-Dollar, was eine Rendite auf das Jahr von 6,1% entsprechen würde. Also ihr seht, wie massiv ich gerade eben hier eingegriffen habe in den Multiplikator bzw. in das faire KGV. Habt es von 77 fast halbiert auf 40. Das zeigt, wie schwer, wie dynamisch so eine Aktienbewertung ist bzw. es sein kann, wenn es sich um eine Aktie wie Netflix handelt, die noch keine zuverlässige Vergangenheit in dem Sinn hat oder aber extrem starkes Wachstum. Das heißt, wo die Musik ganz laut in der Zukunft spielt und relativ schwach in der Vergangenheit. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch, wie schön ihr mit dieser dynamischen Aktienbewertung spielen könnt. Ihr müsst halt nur wissen, was ihr macht und nach was ihr quasi gehen wollt, auf was ihr achten wollt. Jetzt möchte ich mal ganz kurz zeigen, wie man so eine Discounted Cashflow Analyse machen kann, wie sowas aussieht. Weil das wäre die große Alternative und das hat auch der Maximilian Dorn unter anderem gemacht, aber nicht mit dem Steht. Der hat es ein bisschen anders gemacht. Lest gerne in der Analyse, zu welchem Ergebnis er gekommen ist. Er hat auch sowas ähnliches gemacht wie ich. Das heißt, er hat erst die dynamische Aktienbewertung angeschaut und dann hat er noch so eine Discounted Cashflow Analyse gemacht. Das Problem bei der Discounted Cashflow Analyse ist, dass wenn du, das Sheet habe ich einfach runtergeladen aus Excel, aus dem Internet. Das ist ein Excel-Sheet und sah für mich erst mal soweit ganz gut aus. Damit habe ich auch mal das eigene Unternehmen bewertet übrigens, also den Aktienfinder. Ich habe also ein bisschen Erfahrung damit und ein Problem, was wir dann aber haben ist, wie die Dinger funktionieren im Prinzip, diese Discounted Cashflow Methoden, ist, sie prognostizieren die Cashflows in der Zukunft, also hier in der Zukunft, 10 Jahre in unserem Fall hier, das sind 10 Jahre, und diskontieren die dann ab auf den Barwert bzw. Zeitwert und leiten daraus dann den fairen Wert ab. Einmal des Unternehmens und dann pro Aktie, wenn wir hier die Anzahl der ausstehenden Aktien haben. Wer es schon gesehen hat vielleicht, wenn ich hier dieses Discounted Cashflow, dieses Modell, alle Zahlen gewissenhaft ausfülle, dann komme ich auf eine fairen Wert der Aktie von minus 470 US-Dollar. Und der eine oder andere kann sich schon denken, woher das kommt, nämlich von hier, das heißt die Investitionen bzw. Ausgaben, das hat mit dem negativen Cashflow zu tun. Und zwar, so ein Unternehmen ist nach der Free Cashflow Methode bzw. Discounted Cashflow Methode ja so viel wert, wie die abgezinsten Cashflows. Wenn die abgezinsten Cashflows negativ sind, dann ist das Unternehmen nichts wert. Und das Problem bei Netflix ist erstmal, wenn man das so stoisch ausfüllt, wie es verformelt ist, dann sind hier, dann wir haben Umsätze und so weiter, das ist alles gut, aber dann haben wir hier eben die negativen Cashflows. Und diese Sheets, die sind so verformelt, dass man nicht für jedes Jahr eine manuelle Schätzung eingibt, weil das ist erstens sehr mühsam und zweitens weiß es ja eh keiner so richtig. Deshalb sind die Dinger verformelt. Sie sind so verformelt, dass dann die Umsätze wachsen. Da gibt man sozusagen die ganzen Wachstumsraten hier mal ein. Müsste ich jetzt gucken, wo das ist. Hier zum Beispiel, da ist das Umsatzwachstum und vom Umsatzwachstum abgeleitet auch das Wachstum der Kosten. Das haut hier halt nicht hin. Das ist halt das Problem. Und dann kann man erstmal mit dem Discounted Cashflow, mit diesem Modell erstmal gar nicht arbeiten, sondern müsste jetzt händig durchgehen und sich dann überlegen, wie Jahr für Jahr die Ausgaben nach unten gehen. Und da könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass es natürlich immer mehr Glaskugel wird. Wer weiß, dass es schon ein bisschen ein paar Jahren aussieht. Und je nachdem, was ich dann da reinschreibe, ändert sich dann halt hier auch der Wert entsprechend stark. Das heißt, ich möchte hier gar keine Zahl rauskriegen. Ich möchte einfach nur mal zeigen, wie komplex das Ganze halt auch entsprechend ist. Und das ist aber die Alternative zu dem hier. Das ist die Alternative zu dem hier. Und das Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 20 Aktien auf eurem Merkzettel habt und dann wollt ihr mal gucken, ob die Aktie jetzt über- oder unterbewertet ist, dann werdet ihr wohl kaum auf die schnelle 20 von diesen Sheets ausfüllen bzw. aktualisieren. Das wäre doch recht zeitraubend. Und da geht das doch deutlich schneller von der Hand. Und auch wenn beide Methoden im Prinzip mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind, ist es doch einfach so, dass so eine Discounted Cashflow-Methode sehr viel aufwendiger ist, durchzuführen. Und sie ist nicht visuell. Also sowas ist ja immer noch visuell. Und was visuell ist, das hilft auch immer. Im Aktienfinder, da sind wir ja sehr visuell unterwegs, wie du hier sehen kannst. Wir haben ja hier diverse Grafiken eingebaut. Und das ist eben eine der Stärken vom Aktienfinder. Deshalb, was jetzt die Bewertung angeht, ja, also Unternehmen wie Netflix ist sehr schwer zu bewerten. Und die dynamische Aktienbewertung ist mit Vorsicht zu genießen bei Unternehmen wie Netflix, die ja übrigens nicht im zentralen Fokus des Aktienfinders stehen. Weil da stehen ja Aktien, die eher langweiliger Natur sind. Aber auch Aktien wie Amazon beispielsweise oder Alibaba oder Tencent, die kann man gut, da muss ich mal ein eigenes Video machen, die kann man gut in der dynamischen Aktienbewertung bewerten. Aber Unternehmen wie Netflix, wo die Zukunft, also wo die Musik halt in der Zukunft spielt, da muss man echt vorsichtig sein. Und dann sage ich immer, da braucht ihr eine Story zu. Wenn ihr in solche Aktien investiert, wie ich ja beispielsweise auch in Tesla investiert bin, da braucht ihr eine Story zu. Da müsst ihr glauben, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und die Story, die könnt ihr dann auch prüfen. Zum Beispiel könntet ihr sagen, Netflix wird auf absehbare Zeit das beste Streamingangebot haben. Die werden sich durchsetzen. Die werden der Platz hier bleiben, der Nummer 1 bleiben. Ihr glaubt ganz fest daran, dass die Anzahl der Abonnenten nach 200 auf 250, also ihr glaubt an ein gewisses Wachstum im Jahr. Und dann könntet ihr das zum Beispiel prüfen, ob eure Investmentthese noch intakt ist. Denn wenn dieses Wachstum beibehalten wird, dann könnten halt eben die Gewinne so explodieren. Und ob dann der faire Wert der Aktie jetzt bei 540, 500 oder 450, 560 irgendwo dann steht, das wäre für ein langfristiges Investment dann gar nicht so absolut entscheidend, wenn denn euer Szenario eintreffen würde. So, das waren mal meine Gedanken zu Netflix gewesen. Ich lege euch noch die Netflix Aktienanalyse von Maximilian Dorn ans Herz. Und dann habt ihr sozusagen zweimal Input zu Netflix und könnt dann selbstständig entscheiden, was ihr mit der Aktie macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.